Also, um euch nachher zu zeigen, wie wir kleine Gewässer überqueren können, werden wir im Kommandokraul über das Seil gehen. Wir werden den Seilspann von hier zu dem Baum da drüben. Natürlich macht das jetzt an der Stelle hier keinen Sinn, keine Frage. Darum geht's ja nicht. Wir wollen einfach nur demonstrieren, wie man das machen kann und wie man über dem Seil quasi wieder ans sichere Gelände gelangt. So werden wir das machen. Und die Kopfweg verlieren sich drin, ey. Halt, du dumme Seil, halt. Halt, du dumme Seil. Halt, du dumme Seil. Häng, schwing dich aus. Rüber, genau linke Bein hängen lassen. So, rechte jetzt bei dir. Lass hängen, lass los, passiert nicht. Hände dich aus, hände dich aus. Jetzt zieh dich rüber. Halt dich fest, jawohl. Voll jetzt rüber, komm, zieh. Stimmt noch, zieh. Ja, wey. Das ist Survival. Hey, kannst du schon mit der Beine runterziehen? Ja, das ist da immer.